Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um den Map Algorithmus. Was wir machen wollen ist folgendes, wir haben hier irgendwelche Welten und wir wollen uns jetzt die wahrscheinlichste Welt rauspicken. Im Prinzip ist es ein ziemlicher simpler Algorithmus, im Prinzip auch eigentlich Brute Force. Deswegen schauen wir uns den einfach mal kurz an, wird wahrscheinlich ein ziemlich kurzes Video, aber egal. Okay, Map macht folgendes und zwar gegeben erstmal unser Modell und gesucht wird, logischerweise wie könnte es eigentlich anders sein. Wir wollen natürlich die wahrscheinlichste Welt rausfinden, also Variablenbelegung für unsere ganzen Beispiele hier. Okay, also Variablen. Gut, was macht Map jetzt also? Es macht einfach den ArcMax über, ich nenne die Variablen hier einfach mal V, also es ist wirklich eine Menge an Variablen. ArcMax über diese ganzen Variablen V und zwar worüber, naja, P von V gegeben Modell. Wie könnte es anders sein? Gut, so jetzt wissen wir aber, dass in unserem Modell gewisse Formeln drin sind, also viele Formeln und wir wissen auch, wie wir diese P von irgendwas berechnen können. Nämlich mit der Formel, die ich euch letztes Mal um die Ohren gehauen habe, hier dieser riesen Mega-Formel da. Und das heißt, wir können das Ganze hier auflösen. Das heißt, wir sagen hier einfach mal, wir setzen im Prinzip hier für P diese Formel hier ein. Das kann ich jetzt nur sehr schlecht machen, deswegen lasse ich es. Wir setzen diese Formel ein und den unteren Teil, den können wir weglassen, weil der ist ja für jedes, für jede Welt ist der ja gleich hier. Das heißt, wir können diesen Teil hier weglassen und wir müssen nur noch den oberen Teil hier berechnen und den eben maximieren. Also hier das Maximum rausholen und dann haben wir schon unseren Map-Algorithmus, den ich euch letztes Mal eigentlich schon fast verraten habe. Und das ist es dann eigentlich auch schon. Das Problem dabei ist, dass wir hier wirklich jedes einzelne von diesen Modellen, also von den Variablenbelegungen durchgehen müssen. Und das Ganze braucht ziemlich viel Speicher und ziemlich viel Laufzeit, weil es im Prinzip auch eigentlich ein Brute-Force-Algorithmus ist. Und deswegen gibt es da geilere Algorithmen dafür. Nämlich den, ja den zeige ich euch jetzt auch noch kurz, der ist nämlich auch sehr, sehr kurz. Nämlich den sogenannten Markov Chain Monte Carlo. Ich schreibe das mal kurz auf. Markov Chain Monte Carlo. Warum die Dinger Monte Carlo heißen, ist einfach folgendes, sie sind probabilistisch. Das heißt, sie picken sich zufällig was raus und hoffen, dass sie die möglichst aussagekräftigen Beispiele finden. Okay, was der MCMC-Algorithmus macht, ist einfach folgendes. Er pickt sich, also wie gesagt, wir gehen hier durch jede Variablenbelegung durch. Also in unserem Fall 16 Stück und wir haben nur Lichtschwert Jedi betrachtet. Also diese beiden Gleichungen hier für Alice und Bob. Das ist nicht wirklich viel, zwei und zwei. Aber ja, man hat nicht wirklich eine andere Wahl. Bei dem MCMC-Algorithmus machen wir jetzt einfach folgendes. Wir picken uns zufällige Welten raus, also zufällige Variablenbelegungen. Und wir testen die nach diesem Artmax-Modell hier und suchen uns einfach von denen das Maximum raus. Da kann es dann natürlich sehr gut sein, dass wir halt nicht das Beste kriegen, sondern nur das Zweit- oder Dritt- oder Viert- oder Fünft-Beste. Aber wir sind immer noch nah genug an unserem Besten dran. Und deswegen sind wir eigentlich dann zufrieden, indem wir hier einfach ein fast bestes Modell kriegen. Das dann halt die einzelnen Parameter fast richtig gesetzt hat. Und manche sind halt nicht ganz perfekt gewählt, aber immer noch ganz gut. Gut, ja, das sind die zwei Algorithmen, die ihr dazu wahrscheinlich benutzen werdet. Nächstes Mal geht es dann darum, wie man das Ganze lernen kann. Also wie man eben diese Gewichte hier, diese Phi lernen kann. Beziehungsweise eigentlich sind das ja jetzt mittlerweile auch die Gewichte. Denn Wi von Log, äh Wi gleich Log von Phi I kann man nicht unbedingt berechnen. Weil dieses Phi I, das unterscheidet sich ja immer. Und deswegen definiert man sich eigentlich meistens diese, ähm, die Gewichte. nochmal separat. Und die möchte man natürlich dann lernen. Okay, und genau das werden wir dann eben nächstes Mal machen. Am Anfang kann man dieses Phi, äh, Log von Phi I ruhig mal berechnen. Aber danach, wie gesagt, sollte es gelernt werden. Und ja, das machen wir dann nächstes Mal. Bis dann. Ciao.